So, dann super, hinter mir sind Gegner und das Tor geht hier runter. Alter, okay, ich hab mir auch mal neue Auswischungen geholt, weil ich bin hier gestorben und bin hier wirklich ein paar Mal nicht weiterbekommen, was richtig übel war. So, ja komm, das werden wir schon schaffen, der eine Sniper ist schon ein bisschen blöd. So, oh, von vorne kommen auch noch welche. Alter, net RPG. So, komm, wir gehen down. So, oh, okay, wir hatten uns getroffen. So, hier ist das Tor. So, Hülle gerennen hinterher. Nein, 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 der trifft richtig gut. So, wir gehen einfach weiter. Wofür kommen wir nicht durch? Ne, schaffen sie ihn doch nicht mehr. So, hier Einschusslöcher, aber keine Leute drin. So, und weiter geht's. Kampf und Robo, Alter, zum Glück hab ich wirklich eine Raketenwaffe mitgenommen. Alter, machen die alles kaputt. Keiner da. Ja, hab ich doch gewusst. Alter. Scheiß RPG hier. Auf den Fördung macht's auch gar nicht mehr so viel Damage. Kack ab, die, 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 die hinten. Boah, halt doch. Okay. So, mal den hier down machen. Ich bin gekommen. Ja, come on. Hallo. Aua. So, Moment mal, ich renne hier mal ein bisschen rum. Keine Ahnung, was das mitbringt. Ah, hier sind die Wallrecke. Die Sniperrecke auch geil gewesen. So, oh, hallo. Also, wenn ich da angeschossen werd, dann, die Sicht spackt dann voll rum. So, den hätten schon mal. Der oben, der ist wieder aufgestanden. So, also, jetzt kommt die Musik. Wieso das hier? So, waschdown. Wow. Der hat mich mal getroffen. So, und jetzt geht's los. Ja, aber ich müsste noch irgendwie hier abballern. Irgendwie muss ich den noch bekommen. So, ich bin ja schon dran. Oh, nur noch eine Ration. So, da ist schon mal eine gestorben. Wo einer halbtot. So, also, wir zittern schon. Okay. Wo kommt er? Von der Seite. Ah, ich schieße neben. Nein. Oh, oh, zu weit. Unten. So, jetzt aber. Und er geht immer noch nicht kaputt. So, wir haben hier noch was zum Essen mitgenommen. Kann man auch mal nehmen. Und er geht nicht in die Ration. Das kann man eigentlich aufkühlen lassen. Aber, Schade, dann machen wir ja schnell die Ration weg. So, nicht getroffen. Nee, kaputt. Oh, was war das? Zappen. So, wow. So, der ist weggegangen. Kurz nachladen. Wir haben noch 41 Schuss. Alle, warum zittert der so? Ist normal. Snake. Alles okay. Oh, wow. Perfekt. Mit dem letzten Schuss. Wahrscheinlich ja irgendwie rausgehen müssen. Ja, genau. Da kommen nur Gegner. Oh, nein, nein, nein. Nicht. Er hat halt eine Pumpe. Oh, Überraschung. Oh, voll der. Komm her. Oh, warum ist der? Ist der jetzt tot? Wer hat denn so einen toten Kopf? Hallo? 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 Aua. Alter, der eine muss halt... Au, alter, der kraftiert der. So, rein, 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 rein. So, nachladen. Okay, danke schön. Als ich hier den Muni holen konnte. So, hier, der lebt noch. So, wo war der mit der Rakete? Stand doch, glaube ich, hier. Hat ein MG. Ah, der ist schon tot? Hier, der steht wieder auf. Die lässt mich gucken, in den Arsch rein, oder wie? So sah es gerade aus, wie er gestorben ist. So, schnell, weiter. In den Aufzug. So, alle Feinde. Na, jetzt wollte ich gerade mitnehmen. Ach so, weil die noch gelebt haben. Wollte schon sagen, hey, hier sind noch keine Feinde mehr. Oh, nein. Das war's für heute. Falsch data? The US homeland. After assessing the data as a threat, Peace Walker will automatically enter retaliation mode, selecting the optimal target from a predefined list. For this scenario, we have reverse engineered the false data so that she'll inevitably end up choosing the Caribbean Sea as her target. You're really gonna do it, aren't you? Know this, Peace Walker's retaliation will be the first and last of the Cold War. It is the only way we will ever come close to achieving true peace. All that is left is to enter the code. Stand down, Big Boss. You're late, Professor. Professor? Professor? Yes, well, taking over the base took longer than expected. But I brought the technology. What? You provided the money and land. Center alone could never have accomplished so much in so little time. Zdanov! You backstabbing son of a- Backstabbing? Correct me if I'm wrong, but were we not enemies all along? Do you really think my comrades were working for the company? Do you truly think we'd faithfully serve a pack of depraved capitalist dogs? What are you going to do? Launch a nuke. Target Cuba. Have you lost your mind? What would you possibly gain? We won't be the ones launching it. You, the Americans, will attack our ally, Cuba. What? Think, Coleman. We're on an American base, eagerly endorsed and supplied by a pro-American regime. What's the international community to think? The world will burn with anti-American sentiment. Communism will spread across Latin America unchecked. Let the age of deterrence be undone by the deterrent itself. Such is the Kremlin's plan. You son of a bitch! Us, come here. Shoot him. Professor Galvez. I am Vladimir Zadornov. And Vladimir means ruler of peace. Now, do as you're told, boss. Don't do it! Remember what they did to you at their base on the coast. For what Coleman's done, he deserves nothing less than death. Pass! I'm sorry! I can't... Truly a child of peace. No! Wait! Only fitting that retribution be delivered by a dead hand. You... You missed on purpose! YAAAH! Your part in this isn't done. I need you to enter the code. YAAAH! Doctor, the target is now Cuba. Please make the necessary modifications. And don't even think of resisting. I'll crush you. But only after I crush your beloved first. No! Not that! Cuba is now the retaliation target. Very well. Good. It is done. As for you, big boss. I've been watching you all along. You've performed beyond even my highest expectations. A true commandante! What are you talking about? Hm. Why do you think I summoned you to Costa Rica? Had you made contact with the Sandinistas? A true intelligence operative never gets his hands dirty. Need a revolution? Manipulate the locals into doing it for you. You mean Amanda and the Sandinistas? You've done well. You took a ragtag band of gorillas. Children. And shaped them into a full-fledged formidable army. And now, you'll truly become our century's most complete human being. Che Guevara! None other. A hero who, gunned down by the CIA, becomes a legendary icon. The Sandinistas will rise up in revenge, overthrowing the pro-American regime and wresting Nicaragua from US hands. And the nuclear strike on Cuba naturally will be the last straw. Mammal pod data entry is complete. Dead at age 39. Just like El Che. Hm. Ironic, isn't it? In the end, a legend is merely fiction. You'll die as the boss did, and become as did she, an eternal fraud. Go! 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 We'll die! We'll die! No! 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 You dare point your gun at a comrade? We will not be pawns of the KGB. We will win our own victory! Hasta la victoria siempre! Amanda! We're home! Look! We're back in Nicar! We did it, Amanda! I mean... Comandante! Boss, you hurt. I'm fine. Um.. Oh.. Ugh.. Vic Boss! Vic Boss! Vic Boss! Vic Boss! Vic Boss! VICK Boss! Vic Boss! VICK Boss! VICK Boss! VICK Boss! VICK Boss! VICK Boss! You're a regular Joan of Arc. Nonsense. You're the hero here. You saved my life. You're the heroes here. Ich habe noch nie gebeten dich für ein Softie, Snake. Danke. Es ist gut zu sehen. Paz kann mit uns bleiben, bis sie wieder auf ihren Feen sind. Und der Professor? Wir finden ihn in einem schönen, komforten Zettel. Koldmann hat viel Blut verloren. Er kann es nicht machen. Wo ist Amanda? Nach dem Kompass. Sie wird später kommen. Wie geht es dir, Snake? Ich habe noch nicht fertig. Die AI? Ich muss das Ende. Das Boss ist ein Fake. Ich werde es schützt. Wir werden die Champagne schützt, bis wir zurückkommen. May as well celebrate peace while it lasts. I didn't bring her back to life because I was forced to. I wanted to know how she really felt. How it really ended. The Boss is dead. No, she's alive. Some truths are better left buried. You don't mean that. Be honest. You want to know too, don't you? Whether what you saw and heard at the end was the truth. She'll tell us. I know she will. Thank you for stopping them. And I'm sorry. I can't imagine how it hurt. I'll live. I'm used to shock therapy. You are? Well, it's very kind of you to say. Let's go meet her, shall we? Get in, Boss.